Mein Name ist Monika Leichti, ich bin 22 Jahre alt, ich wohne in Konolfingen. Ich habe die Lehre in einem Treuhandbüro gemacht und ich arbeite auf dem. Ich bin geboren mit einer Hand, der linken Unterarm fällt mir. Im Alltag habe ich nicht grosse Einschränkungen, ausser die Büchse zu öffnen oder kleine Sachen zu schneiden. Das ist auch ziemlich schwierig, aber sonst wohne ich alleine. Ich kann den Rest alles selber machen. Monika zeichnet aus, dass sie von morgen bis am Abend strahlt. Sie hat ein wunderschönes Lachen, das bewegt die Leute immer. Sie läuft mit einer Freude das Leben durch. Sie ist sehr hilfsbereit und macht ihre Arbeit mit viel Liebe. Ich würde gerne mein Sendung geben, weil ich für Menschen mit Behinderung einstehen, mich einsetzen und etwas bewegen möchte.